Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Warms Battlegrounds gibt's für Xbox Live Mitglieder Kostellos, also für Gold Und ich hab mir's nur geholt Also ich muss jetzt hier wohl das Jetpack meistern Guck mal wie gut ich bin Guck wie gut ich bin Oh oh Ich bin mein Oh What? Öh Come on bro Und das Ding bleibt einfach auf dem wir stehen Oh oh Hop 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 Na! Ha Oh oh Fuck Das ist jetzt glaube ich 10 nach 12 Ich bin hundemüt Ich bin ultra tot Oh Oh Hop Scheiße Und jetzt kann man doch hier ganz gemütlich was fallen lassen Na lass mal ne Mine fallen Pass mal auf Guck mal auf Wie kann man das machen? Doch Oh fuck Medics Viel Spaß Gruntler Bombs da kommen schon die guten alten Zeiten in Nahrung Guck mal die Oma wie sie rennt Sie kann mir nicht entkommen Lass das mal klar ist Team Die Dumbabla Los geht's Direkt einen Rinderblitz eingesammelt Keine Ahnung was das macht Der Rinderblitz hört sich sehr lustig an Vielleicht ein Dünner Mädchen Ja 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 Nein So knapp So knapp Weh da macht er kacki was da ohne ich Boop mir nie Was macht er? Einen lächerlichen Schlag Ist ja wohl lächerlich Ihr hört richtig ich hab die äh die Sprachausgabe Meme Für die Würmer ausgewählt Für die Würmer ausgewählt Das ist cool Das ist cool Das war noch gar nicht so richtig aufgefallen Irgendwann verzehle ich mal wo der Name Quark Müller herkommt Alle Namen hier haben Hintergründe Er ist doch fett Er kommt nicht da hoch Komm schon Quarki Quarktaschen Müller Komm Wow er ist so elegant Wie dicker Wurm halt Das ist doch kacke Wir nehmen die Lenkrakete So Okay 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 Es war Schwachsinn Die gute alte Granate War schon immer sauschwierig ne Granaten zu schmeißen Wer rastet denn da aus? Der Idiot Er denkt und denkt Er muss denken jetzt Nicht nur denken beim Kackeausdruck Ja er hat natürlich die Lenkrakete gescheit benutzt Okay ich seh es ein Er hat sogar fast meinen anderen mit der Druckwelle weggesprengen Knapp Someworms just want to want your world burn Aber jetzt pimmle ich die Drecksauer weg Mach mal deine mic Au Okay Tschüss please Tschüss Und sogar noch auf die Kischt Wenn er Will er mich verarschen? Oh Gott ich habe jetzt schon bestimmt 30 mal gegant Ich muss alles rausschneiden ACH So ein Pisser Krass und der Schal ist irgendwas drin Ich kenn mich mit dem Spiel noch zu wenig Ich aus Sauerstoff Ich scharf Ganz klar Scharf Scharf Da hat er jetzt schon übelst viel Gesundheit Ö Gesund und munter Guck mal direkt den Erfolg abgeräumen Verstehst du weißt du Bescheid Ja also wenn ich spiele Ja dann spiel ich auch manchmal richtig Gib mal einfach Und zwar mit der Pum Get it down Bitch Nein, warte, ich nehme an, diese Dose, diese Spraydose explodiert, so, wow, also ich habe so eine Explosion schon lange nicht mehr miterleben dürfen, enorm, wirklich enorm, oh shit, wenn die Spray, oh oh, fuck, Quarkmüller geht es sehr gut, zum Glück mischt du meinen Tank mit rein an Quarkmüller, sprich, nein, nicht Hunde gewaschen werden, der ist aber gleich down, er ist alles noch nicht down, geht's aber, wir können auch echt nur Bomben abschmeißen, Wasserbomben, das ist so ein gefährlicher Kerl, Heilige Granate, oh mein Gott, wie geil, die Heilige Granate, das war immer so, das war immer das Geilste, auch sinnvoll die Verschwendung ist, weil er einen neuen Life hat, scheißegal, Das war mit das Coolste, die Bananenbombe ist auch ziemlich cool, aber, also die, äh, die Heilige Granate war nur damals in der Grundschule, ich schmeiße Heilige Granate auf dich, äh, nein, äh, Doppelschild, was weiß ich, er denkt, er grübelt zu lang, natürlich, man kann niemanden wieder auferstehen lassen, ich erzähl mal keine Scheiße, hoffentlich trifft's nicht die Kacki, hoffentlich trifft's nicht die Kacki, natürlich trifft's nicht die Kacki, ja, der wiederbelebte Affe, äh, Wurm, er legt mir einfach, knallhat'n Dynamit auf die Rübe, also er ist echt ein Drecksack, die arme Puffelfuchs, die muss ich direkt da unten die, die Kiste holen, Achtung Leute, das Super-Sach beginnt, worab ich's noch, ob ich geflogen ist. Ey, sie haben einfach noch einen Kackspasten am Start. Willi, Dave, das zeugt da unten auf. Dann bombe ich, Menni. Er schmeißt eine Bananenbombe. Wir werden beide draufgehen. Puffelfox. Ah, er springt weg, der Ficker. Was hat die noch getroffen? Es hat die noch getroffen. Ah, nee, du bist weg. Erzähl mir keine Geschichten jetzt von irgendwelchen Überlebungen. Oh, die arme Puffelfox hat übelst auf die Nüsse bekommen, beziehungsweise die bricht. Und er ist aber auch weg. Gut gemacht, Puffelfox. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja, 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 ja.